Hallo Leute und willkommen zu unserem Selfmade Lightboard Teil 2. Ja, letztes Mal hat man vielleicht gesehen, hat das nicht ganz so gut geklappt. Deswegen haben wir eine verbesserte Version erstellt mit, ja wie soll man es sagen, zwei LED-Leuchten verbunden über deren zugehöriges Kabel mit, wie viel sind es, ich glaube, acht AAA-Batterien. Die sind alle hier mit, ich kann es mal zeigen, Isolierband drunter geklebt und wir haben halt den Stecker am Ende abgeschnitten und die Kontakte an die Batterien geklebt. So, wenn wir das Licht anmachen, sieht das in etwa so aus. Leuchtet recht schön, was heißt schön, leuchtet halt, dunkel, einiges stärker als das Hitze und wir sehen uns gleich draußen. Bis dann. So, hier seht ihr jetzt die Draußenaufnahme, es ist nicht ganz so dunkel, aber uns hat das gereicht, weil die Leuchtkraft von Bord halt ausreicht. Ja, Aufnahmen sind nicht unbedingt die besten. Leider hat das Ganze auch keine Farbe gekostet. Dann haben das Kabel und die LEDs 10 Euro und dann halt noch Batterien dazu. Also, ja, das Bord hat halt einen kleinen Wackelkontakt. Wenn man sich draufgestellt hat, gingen die Lampen leider aus. Also muss man sich auf die Achsen stellen, deswegen stehe ich da auch so doof drauf. Ähm, ja, seht ihr jetzt wahrscheinlich selbst. Aber wenn man sich heute auf die Achsen stellt, dann geht das einigermaßen und seht ihr ja gerade. Ja, ist zwar nicht serienreif, aber doch um einiges besser als unsere erste Version. Und mal gucken. Mal schauen, was wir das nächste Mal unter das Bord kleben. Schaut weiter unseren Kanal, abonniert uns, favorisiert, schreibt, lasst einen Kommentar da. Äh, sagt, wenn ihr das gut fandet. Äh, ihr dürft es gerne nachmachen. Ansonsten, man sieht sich, auf Wiederhören. Und jetzt könnt ihr noch ein paar Fotos, äh, gucken. Und ihr seht die Aufnahmen vom letzten Mal im Vergleich dazu. Ja. Und was ihr wollt, ähm, was wir das nächste Mal unter Sport, Übersport, Ansport, Pappen, Kleben, Tun, Machen, schreibt es einfach in die Kommentare und... Wir gucken, ob es geht. Wenn es nicht geht, dann Pechkott. Ja, genau. Ansonsten, einen schönen Tag. Viel Spaß mit den Fotos. Übrigens, das letzte ist vom ersten Versuch. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.